Yoganandasana ist die Stellung von Paramahamsa Yogananda. Paramahamsa Yogananda war einer der großen Yogis des 20. Jahrhunderts. Er hat zwar nicht direkt Asanas gelehrt, aber Dharma Mitra, der Autor des Buches Asanas, hat ein Asana genannt nach Paramahamsa Yogananda, und zwar diese fortgeschrittene Rückbeuge. Denn Paramahamsa Yogananda steht zum einen dafür, dass er Raja-Yoga gelehrt hat im Sinne von inneres Gleichgewicht, zum zweiten Kriya-Yoga im Sinne von Energie erzeugen und Bhakti im Sinne von Herzöffnung. Und all das findest du in dieser speziellen Pose Yoganandasana. Vom Asana-Standpunkt aus ist Yoganandasana eine Variation von Natarajasana, dem Tänzer. Sovielfaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt